Die Einführungsvideos zum Operationsverstärker werden einige sicher kennen. Er wird normalerweise mit zwei symmetrischen Betriebsspannungen versorgt. So kann der Verstärker in beide Richtungen gleich gut ausgesteuert werden. Das bedeutet allerdings einen erhöhten Aufwand im Netzteil und für Batteriebetrieb ist das eher ungeeignet. Die Notwendigkeit von zwei Betriebsspannungen besteht aber nur bei einer unteren Grenzfrequenz von 0 Hz, also wenn auch Gleichspannungen verstärkt werden sollen. Bei einer reinen Wechselspannungsverstärkung, also zum Beispiel als NF-Verstärker, ist das nicht unbedingt erforderlich. Wir können auch einen der Betriebsspannungsanschlüsse als Signalmasse verwenden und mit nur einer Spannung arbeiten. Die Betriebsspannung muss jetzt doppelt so hoch sein, wie die Einzelspannung im symmetrischen Betrieb. Für maximale Aussteuerung muss das Potential am Eingang genau zwischen Masse und der Betriebsspannung liegen. Dazu dient der Spannungsteiler am Eingang. Das Signal muss dabei gleichspannungsfrei über einen Koppelkondensator eingespeist werden. Auch der Spannungsteiler am Ausgang zur Einstellung der Verstärkung muss jetzt galvanisch von der Masse getrennt werden. Bei der Berechnung der Verstärkung muss zu R1 der Blindwiderstand des Kondensators C2 addiert werden. Die Verstärkung wird dadurch bei niedrigen Frequenzen geringer. Damit die Bässe nicht zu stark gedämpft werden, sollte der Blindwiderstand von C2 möglichst klein gegenüber R1 sein. Die Wechselspannungsverstärkung berechnet sich zu 1 plus R2 durch R1 plus XC2. Mit einem parallelen Kondensator zu R2 können die hohen Frequenzen abgesenkt und der Frequenzgang so wieder etwas linearisiert werden. Mit C3 gilt die folgende Formel für die Wechselspannungsverstärkung. Die Gleichspannungsverstärkung der Schaltung ist 1, da R1 durch C2 von der Masse getrennt ist und für Gleichspannung unendlich hoch ist. Es geht also auch mit nur einer Betriebsspannung. Viele Niederfrequenzverstärker Schaltkreise mit unsymmetrischer Spannungsversorgung arbeiten genau nach diesem Prinzip. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen möchtet, dann abonniert diesen Kanal und hinterlasst doch gern ein Like oder einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal.